Was bedeutet, du kommst zu mir? Ja, der kommt selber nie im Leben drauf, dass ich bei dir bin, oder? Es gibt ja nur ein kleines Problem. Ich bin im Gefängnis. Was ist denn im Gefängnis? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich bin bald wieder zu Hause. Ich bin bald wieder zu Hause. Hör mal, ich komm dann in ein paar Tagen. Ich bin halt alles vor und dann fahre ich los. Ich bin... Beide Damen vor euch sind bald. Oh, Mensch. Zu pflanzen. Ja, ich hab auch schon... Eine Woche vorher, habe er sich schon ein... Niemand sagt diesem Gerät, geh mal... Nein, danke. Du warst dabei schon vergessen? Nein, ich muss doch vorhanden. Okay. Das liegt ja hier, wahrscheinlich so ready. 80 higgesteckt und 19.90 ist noch immer gestanden. Nein, da war 95. Das war bis 20 Uhr vom Pflege stehen geblieben. Ja, das ist... Es war nur noch ein... Es war auch nicht so, wenn du das willst. Oh, ja, das... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ...zu umgewaltigen ...prawidigen ...tsraten ... ... ... ... ... Telefon, komputere, mało, mało właśnie takich gier, tak jak przedtem były, że były wyszukiwani zawodnicy z różnych, z tych, szkołek. Teraz... Przez ein Kurarzus? Zobaczmy. Zobaczmy.